Dienstag, 19.55 Uhr, 33,68 Millimeter. Ja, scheinbar sitzen wir jetzt hier in einem Polizeibüro. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Wer ist denn gleich fertig? Das würde mich mal interessieren. Na, schauen wir uns mal ein bisschen um. Mal gucken, was es hier Tolles gibt. Okay, was macht er jetzt? Okay, er spielt ja virtual Ball oder was? Ja, ah ja, okay. Hat er Langeweile. Also irgendwie... Hä, warum reagiert denn mein Stick hier nicht? Eigenartig. Ja gut, probieren wir einfach mal was anderes aus. Mal gucken, ob wir hier aufstehen können oder sowas. Ah, nee, da macht er sich eigentlich bloß lang. Naja. Warte, warte, warte. Ja, komm, spielen wir nochmal eine Runde. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert mit meinem Stick. So. Das funktioniert schon mal. Okay. Der Polizist fragt sich, was wir hier tun. Wenn der wüsste, ja, das wird die Zukunft sein. Auch für uns, liebe Damen und Herren. Oh, jetzt kommt er, okay. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Sie sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen... Sicher, gut, klar. Können Sie eine... Eine Krawatte binden? Ich glaube schon. RB. Ja, was war denn jetzt RB? Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse lagert uns. Der Origami-Killerfall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Hm, nicht schlecht. Hm, sag ich doch. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ja, gehen wir jetzt erst in das Büro oder gehen wir gleich zur Pressekonferenz, um das anzuschauen? Ich denke, ja komm, wo lange wir es denn jetzt? Wir gehen mal zu Charlene, lassen unser Büro zeigen. Und dann werden wir mal die Pressekonferenz besuchen. Mal gucken, was da abgeht. So. Wenn ich möchte. Ja, komm. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Hm. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erst mal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, ja. Unglaublich. Hängt sogar noch Spinnenweben in der Ecke. Okay. Zeit zu arbeiten. Genau, arbeiten wir mal. Gucken wir erst mal ein bisschen auch um hier. Ob es noch irgendwas Tolles gibt. Scheinbar aber nicht. Also fangen wir gleich an zu arbeiten. Das hat ja seit Jahren keiner mehr sauber gemacht. So. Setzen wir uns nieder. Oder auch nicht. So, war es das? Oder will er noch irgendwas verrücken? Vielleicht den Schrank noch hier an der anderen Ecke? Mal gucken. Nö, okay. Also wir werden es hier setzen. So, werden wir mal unser Brillchen aufsetzen. Und unseren Fall aufarbeiten. Schritt 1. Das Büro wechseln. Hm. Was nehmen wir denn Schönes? Was ist das? Wasser? Was ist das? Wolken? Planeten. Ja, komm. Wir nehmen jetzt mal hier das Ding. Ja, das ist doch mal ein Büro. Da lässt sich doch arbeiten. Oh, warte mal. Wir gucken mal noch die anderen durch. Mal gucken, was da noch so schönes gibt. Oh, auch nicht schlecht. Unter Wasser. Da hat man auch seine Ruhe. Wenn so ein paar Fischchen vorbeischwimmen. Okay, gucken wir uns das die anderen zweimal noch an. Ja, das sieht aber auch geil aus, oder? Würde ich sagen. Okay, noch das letzte anschauen. Ja, okay. Auf dem Mond, oder auf dem Mars, oder sowas. Okay, ich denke mal, ich entscheide mich für... Ja, komm, nehmen wir das mal. Das lassen wir jetzt drin. Und dann werden wir mal anfangen zu arbeiten, würde ich sagen. So, Büro ist gewählt. Und jetzt, was soll ich jetzt machen? B drüben. Okay, Hinweise, Akten, Umgebung, Karte. Gucken wir erst mal die Akten an. Okay, erst mal die Opfer. Ja, gucken wir erst mal die Opfer rein. Ach. Acht Opfer in den letzten drei Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen neun und dreizehn. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach drei bis fünf Tagen auf, ertrunken in Regenwasser. Weil ich diversen Verbrechenssendungen gesehen habe, ne? Dass sie sich da einschließen oder halt nicht mehr außer Haus gehen in so eine Späße. Naja, okay. Wir gucken mal weiter. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidea auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als sechs Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3.500 Menschen befragt, mehr als 100 Verdächtige verhört und keine einzige Spur. Hm. Gut. Analysieren wir das Ganze mal. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Okay. Analysieren wir nochmal kurz das Ding hier. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Hm. Komisch, komisch. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Hm. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Okay. Schauen wir hier nochmal die Geoanalyse an. Okay. Keine Daten. So. Dann schauen wir einfach mal weiter. Sagen wir mal alle entfernen. Und werden hier jetzt... Die Akten hatten wir gerade. Jetzt machen wir kurz die Hinweise. Sieh an. Es gibt etwas Neues. Das ist Satellitenbilder. Ähm. Analysieren. IE-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders. Okay. Keine Daten. Komischerweise. Obwohl die ja wissen, wo diese Bahnlinie war. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Chevrolet Malibu. Wer fährt denn die Kiste? Keine Ahnung. Auch keine Daten verfügbar? Eigenartig, nicht? Die haben doch die Spuren irgendwo gefunden. Und da muss es doch irgendwelche Daten geben darüber. Wo die gefunden wurden. Pass auf, die ganze Karte vorher war klar. Die Idee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Gut. So, das hatten wir, oder? Ne, die Origami-Figur hat man noch nicht. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hm. Hilft nicht gerade viel. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Aber Origami-Figur hat man noch nicht. Aber Origami-Figur hat man noch nicht. Die bastelt man selber. Okay, also wir hatten das Satellitenbild gehabt. Von der... Ne, die Reifenspur war das. Und was war das jetzt nochmal? Ein Satellitenbild. Naja. Gut, gucken wir einfach mal weiter. Wir wissen jedenfalls, der Mörder fährt wahrscheinlich einen Chevrolet. Bäh. Okay, also Hinweise haben wir keine, wohin wir gehen sollen. Da werden wir uns jetzt mal zu dieser Pressekonferenz bewegen. Hier sind wir erstmal fertig soweit. Weitere Hinweise haben wir nicht. Oh. Und jetzt los. Ich brauche seine Drogen. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Okay. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Äh, komm mal hin. Lauf hin, Mann. Alles okay. Ey, Alter Schwede. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Äh. Wie ist das jetzt? Bioptrien? Was ist das denn? Muss ich mal googeln. Was es sein soll. Wer ist das denn? Ach so, das ist der andere hier. Der ist jetzt wegen Kind hier, oder was? Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und, äh, als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Keine Ahnung, man. Das war 17.30 Uhr vielleicht. Ach Gott, welche Farbe hatte die denn? Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Ja, wahrscheinlich blau da, ne? Haben wir gar nicht. In braun. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merken? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ähm, kleinen Spaziergang, Karussell geblieben. Ja, ja klar. Ich, ich war nicht weg. Ich hab dem Karussell nur zugegeben und... Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh's einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich, äh, keine Ahnung. Ich war in Panik. Ich weiß es nicht. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Also, das hätte... Glauben, glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch vier Tage, um Ihn Leben zu finden. Also, dass man sich halt an die Klamotten erinnern muss, das hab ich jetzt nicht gewusst. Ja. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das... Das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt! Ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Ich vermisse ihn so sehr. Komm, dreh dich um. Umarme dich. Los, hock mal hin. Du Spinner. Was für eine Flasche. Ei, 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 ei. Tja. Achtung. Das war's für heute. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich finde. Ich verstehe auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Also, das sind alles so eine Vögel oder was? Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten rechts. Danke. Ganz hinten rechts. Ja, gehen wir einfach mal ganz hinten rechts lang, ne? Aber hier hinten rechts ist doch eine Tür. Hä? Wahrscheinlich meint er hier das Regal. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmten? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Oh oh. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Oh je, was mache ich jetzt? Scheiße, bist du traurig? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine scheiß Kugel zwischen deine scheiß Augen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen. Ey, was macht denn der jetzt verdammte Scheiße? Läuft er wieder zurück, ey. Gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Okay, haben wir es geschafft. Weißt du noch einen? Er wird einen Kampf führen. Dann kommt ihm die Waffe an dich, Mann. Ey, ich lässt ja die Waffe denen in der Hand. Also was ist das für komische Detektiv? Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Okay, gucken wir mal rein in diese mysteriöse Box. Eine Eidechse. Eine Eidechse war da drin. Mr. Shelby! Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geändert. Ja, und der Täter bleibt da liegen und mit der Waffe in der Hand. Ja. Das ist doch eins an Detektivarbeit, würde ich sagen. Wenn der aufwacht, ne? Das ist doch eins an. Vielen Dank.